Jo, hier sind wir wieder. Eine Highposhen. Und weiter. Ach, das war ja so krass. Ich kann mich aber auch nicht in Ruhe lassen. Ach, der packt den und das macht man nicht. Och, Auron, ich bin enttäuscht. Kimahri ist echt mein stärkster hier im Team. Ah, gegen Wasser bist du anfällig. Gut. Lulu, mal fertig. Naja, der hat halt eine gute Zauberabwärter gehabt. Ja, immerhin. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Gleich hoch. Auf die nächste Ebene. Und. Yay. Eine Highposhen. Nicht schlecht. So. Gehen wir mal hier unten hin. Da gibt es meiner Meinung nach, ja, eine Kiste. Tobsuchtreif. Das ist was für Kimahri. Ich denke mal, ein Tobsuchtschutz drin. Das ist sowas wie eine Raserei. Das heißt, Kimahri kann sich nicht mehr beherrschen und hört nicht mehr auf meine Befehle und greift einfach nur noch an. Die gewohnte Kombi. Die gewohnte Kombi. Ich gehe zuerst hier hinten rum. Den kleinen Schleichweg. Denn da liegt was in der Ecke. Ein Albed-Lexikon Nummer 10. Oh, wir sind wieder einen Rang aufgestiegen. Zu einem Albed- Ja, whatever. Belohnt werden wir mit einem Kampf. Juhu. Ein Hinterhalt auch noch. Ist es ja nicht wahr. Boah, Leute. Leckt mich alle am Arsch. Das war die Scheiße. Jetzt ziehe ich dich erst mal. Oder du. Alles klar. Alles klar. So, ich heile mal durch. Raus aus der Ecke. Hast du mir noch was? Ah, dankeschön. Oh, großzügig. Hier geht's hoch. Auf die nächste Ebene. Ja, natürlich. Oh, oh. Ein großer Vogel. Geht gut los. Ich spendiere dir erst mal ein Wasser. Ich tausche ihn wieder aus. Ach. Schleunigen wir das mal. Wacker. Blindhieb. Ach, jetzt habe ich sto... Oh, ich bin durcheinander gekommen. Das ist jetzt einfacher. Das ist echt scheiße. Juna darf auch mal draufhauen. Hey. So, ich wollte aber eigentlich den Blindhieb. Jawohl, der sitzt auch. Mari. Mit Abstand der Stärkste. So. Ui. Vernichtend sogar. Sehr schön. Na, das gibt doch mal Erfahrung. Eine Mega-Potion. Nicht schlecht. Ja, der, der gibt nichts. So, wir speichern nochmal. Hauen die Level raus. Boah, Angriffskraft um zwei immerhin. Scheiß drauf jetzt. Demo muss ich ja weiter. Ah. Feurer. Und Blitzer. Ein Anfang ist gemacht. Ich habe keine Abilities-Veroiden mehr, aber Wurst. Zauberabwehr um eins. Boah, bitte nicht so viel. Abwehrkraft um drei. Angriffskraft um vier. Boah, das kann er gut gebrauchen hier. Nochmal ein bisschen Energie für dich. Das war's. So, jetzt kann ich nochmal speichern. Und mit dem Aufzug begeben wir uns ganz nach oben. Ach, du Scheiße. verbotene Machina. Waka ist alles andere als begeistert. Waka ist alles andere als begeistert. Das hat nichts damit zu tun. Ich liebe diese sacrilegische Kontraptions. Gut, Leute. Halt, ich laufe falsch. Wir machen den Schnitt. Da vorne ist auch ein Speicherpunkt. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Euer Slagsi.